Heinz Fehling, der Name sagt möglicherweise nicht jedem sofort etwas, aber seine Bilder, die kennt fast jeder. Leben, Kunst, Reklame heißt die Ausstellung, die in der Seniorenresidenz an der Kontraskape zu sehen ist. Ein ungewöhnlicher Ort, aber auch irgendwie passend, nicht nur, weil Heinz Fehling dieser Tage 100 Jahre alt geworden wäre. Direkt gegenüber des alten Wohnheims hatte er studiert an der alten Kunsthochschule. Marianne Strauch über Leben und Wirken des Werbegrafikers Heinz Fehling. Nicht alle haben einen Blick für den Reklamekünstler Heinz Fehling, dessen Werke gerade die Wände der Seniorenresidenz in der Kontraskape schmücken. Dabei ist seine auch ihre Zeit. Die Bewohner Marga und Norbert Zajong trifft besonders ein Plakat mitten ins Herz. Werbung für das legendäre Bremer Varieté Astoria. Ich merke mich sehr. Wunderschön. Dann kommt die alte Zeit wieder. Sie kennenlernen, meine Frau. Das ist sehr beeindruckend. Wie lange sind Sie verheiratet jetzt? 69 Jahre. Ist das wahr, Frau Zajong? Ja, stimmt. Die selbstgemachten Briefmarken haben es Gertraude Marx besonders angetan. Die hat er gezeichnet. Die sind ganz fantastisch. Einmal Churchill und ein Stalin. Und auch als Zeichnung auf einer Feldpostkarte haben sie funktioniert. Die Post hat sie abgestempelt. Die natürlich selbst gemalte Karte kam zu Hause an. Ganz fabelhaft. Ist ja so vielseitig gewesen, der Mann. Was der alles konnte. Ja, der konnte was, der Heinz Fehling, der 1912 in Schesel geboren wurde. Nicht nur zeichnen. Er hatte das richtige Gespür für die Sehnsüchte der Menschen. In Bremen fing für ihn alles an. Studium, sein erstes Atelier, seine ersten Aufträge. Auch sein Selnalko-Modell kommt aus Bremen. In seinem umfangreichen Werk blättert hier seine Großnichte herum. Sie hat auch die Wanderausstellung nach Bremen getragen. Angefangen hat alles mit einem Koffer, ein Erbstück. Erst vor drei Jahren begann Dörte Herrler, sich mit den Hinterlassenschaften ihres Großonkels intensiv zu beschäftigen. Und eines hat sie besonders begeistert. Vor allen Dingen seine Fähigkeit, das Schöne für einen sehr präsent zu machen. Diesen sturen, schönen Sinn für seine Zauberei eigentlich. Er konnte das Schöne in den Alltag zaubern. Der schöne, store Sinn, den Schiener vor allem für einen bestimmten Frauentyp zu haben. Und den setzte er auch für die Werbung ein. Er hatte auch ein Faible für Tänzerhörnern. Ein Casanova soll er aber nicht gewesen sein. Die Frauen haben für ihn geschwärmt und er für die Frauen. Aber über ein ehemaliges Sinaiko-Modell von ihm habe ich erfahren, dass er das aber nicht ausnutzte. Dass er sehr, sehr respektvoll mit den Frauen umging und eher zurückhaltend war. Also was so, ja zu dem Bild, wenn man denkt, er ist so ein Lebemann im Astoria unterwegs und hatte die Tänzerinnen aus dem Astoria immer in seinem Atelier. Könnte man sich das auch alles anders vorstellen, aber da war er wohl sehr respektvoll. Und auch das gehört zur Biografie von Heinz Fehling. Während des Zweiten Weltkrieges war er für die SS-Standarte Südstern in Italien als Propagandazeichner aktiv. Das hier sind die letzten Aufnahmen des erfolgreichen Grafikers selbst. Mit 76 Jahren starb Heinz Fehling an den Folgen seiner langjährigen Krankheit Multiple Sklerose in Baden-Baden. Heinz Fehling soll sich immer gewünscht haben, noch einmal nach Bremen zurückzukehren. Mit der Ausstellung zu seinem 100. Geburtstag ist es ihm gelungen. Bis zum 23. November ist sie noch in der DKV-Residenz zu sehen.